Wer muss sich jetzt mit rein begübt? Und los geht's. Die erste Runde. Heli Antaia gegen FFQ. Jetzt versuchen sie den ersten Amerikaner reinzuziehen. Seine Kameraden kommen aber gleich zur Hütte. Jetzt wird's hier die linke Platte durch. Als der von der Klaas, der mit dem Rudel schiebt. Als Helm kann hier durch und... Oh, ein Klaas stark gegen den Kopf. Ein... Trotz war es er. Wieder durch. Der ist hier aber unangenehm. Oh! Jetzt zu den Füßen. Dankeschön. Bravo! Wenn die Runner erstmal durch sind, können sie gut von hinten die Interlinie aufrollen. Anziehen! 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 Das ist gut, mein! sich halten. Es sind 3 zu 4, meine Damen und Herren, 3 zu viele. Ein Amerikaner dort, ein Italiener hier, noch ein paar der eiserne Löwen aus dem Fall. Gegen zwei Polen hier, äh, drei Polen und einen Finne. Go left, go left, close on the left. Und ich bringe ihn runter, da er getätigt hat noch zwei Kämpfer der Polen Empire. Head out, head out, head out, head out, head out. Ah, das wird jetzt schwierig und da ist das leider auch schon durch, meine Damen und Herren. Und es geht in die erste Runde. Head out, head out, head out, head out, head out, head out. ground, head out, head out. Oh, jetzt versuchen wir den ersten Amerikaner reinzuziehen. Meine Kammeraten kommen wir mal gleich zur Hüttember. Ah, jetzt wird hier die linke Flagge in den Brust. A sinistra cheve. als er als er gegen den Kopf rein vor ist er hier durch er ist hier aber unangenehm oh zu den Füßen wenn die Warrer erstmal gut sind können sie gut die Linie aufrollen gut 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 Ja, hier kann der Kämpfer aus Italien sich halten, steht 3 zu 4, meine Damen und Herren, 3 zu 5, ein Amerikaner dort, ein Italiener hier, noch ein paar der eisernen Löwen aus dem Vortrag, gegen 2 Polen hier vorne, 3 Polen und ein Finnen, und gegen ihn runter, da gibt es jetzt noch 2 Kämpfer der Holy Empire. Ja, das wird jetzt schwierig und da ist das leider auch schon durch, meine Damen und Herren. Da gibt es einen ordentlichen Applaus. Das ist das Kiel, das ist das kiel. Das ist das Kiel, das ist das Kiel. Ich will einige Oh, das ist Glück gehabt. Das ist sehr ärgerlich. Ich erinnere hier und hier in der Linke, der muss sich jetzt mit rein begütteln, jetzt muss ich von einem dritten, nein. Stop, 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 stop. Die drei, drei, drei. Die drei, zwei, drei. Ach, das ist so, jetzt ist es so. Nein. Die drei, 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 drei. Eine der drei. Eine der drei. Ja, ja, los. Den Fekton aber nicht durchführt. Oh, dass du das Glück gehabt hast, da hast du das sehr ärgerlich geführt. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ein Italiener Supervia in der Ecke gefangen. Der muss sich jetzt mit Freien berühren. Jetzt Blut von einem Fakirchen. Schöner Rutschner. So we are done. I can rest. So we are done.